Immer schön weiter tanzen, das ist das Motto und auch die Bildunterschrift, die Heidi Klum zu ihrem neuesten Video auf Instagram veröffentlicht. Doch darauf zu sehen ist nicht die Model-Mama, sondern ihre elfjährige Tochter Lou und die führt wahrhaftig einen Sonnentanz auf. Bei strahlendem Sonnenschein hüpft der Modelsprössling mit einem Profitänzer Rekonnt über die Terrasse und scheint von ihrer neu erprobten Choreografie nicht genug zu bekommen. Mit Rhythmus im Blut und fliegenden Haaren gibt sie bei ihrem Terrassentanz wirklich alles. Bereits vor wenigen Tagen haben wir die Teenie-Tochter zu Gesicht bekommen und schon da sind uns ihre langen pinken Rasterzöpfe ins Auge gesprungen. Nun beweist Lou, dass diese auch durchaus zum Tanzen geeignet sind und sie wirklich Rhythmus im Blut hat. Eben ganz genauso wie ihre berühmte Mutter.